. 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 Untertitelung. BR 2018 Markamenten anzufahren. Was ist das? Kein schlechtes Auto. Das sieht doch gut aus. Das ist halt doch normal. Nur um auch das Rennen abzuschließen. Ich habe eine Formel 1-Wachnetz gekauft. Mal gucken, was ich dann gekauft habe für das Auto. Da ist man doch das eine Rennbestreitung noch, damit wir es auch abschließen. Da habe ich eigentlich fast alle Rennen. Fällig. Schöne Strecke hier. Ja, da waren wir da. Eine Schwebebahn. Doppel. Ja, da waren es. Mal sehen, ja. Ja, da waren wir da. Ja, da waren wir da. Ja. Ja, das gibt halt nicht viel Geld hier. Ist schon nicht schlecht, aber... Ja, nicht halt hoch, kriegen wir das Auto. Da bräuchtest du auch... ...nein halbe Millionen, um den... ...durchdokommen. ...durchdokommen. ...und so. Dieserne ...kirante schön geschafft guck mal jetzt gleich mal welche strecke man gleich war es bin denn ich finde ich nicht mehr die in der mädchen zu holen ja ist ja auch der klubmann cup auch nie zu machen was dafür autos 550 hier der alfa romeo kann ich mitnehmen das normal 18 kann ich aber nichts dran verstellen an den auto bmw kann ich mitnehmen den z8 den m3 oder hier in nsx kann ich mitnehmen nsx kann ich mitnehmen ich glaube ich auch fertig gewesen das auto oder ich habe es einfach nur so nur die außenhülle getunt ich glaube dabei war nur die außenhülle fernlicht Und Sprit, 515 Euro, das ist in Ordnung. Ja, das ist am Verzimmer, ganz schön. Ja, dann hinst du es nicht so schönes Auto werden? Ich glaube, wenn du außenlösen machst, ist das nicht? Piss los. Ach, das sind ja nur 5 Mann. Kannst du Vollgas gehen? Ob sie sich mal was sparen bei... Benzin hast du genug drin. Uff, 30 Minuten, dann kannst du Vollgas gehen. Warum ist denn die Erste? Das ist ja die Gerade. Um Abtretschen zu kämpfen, doch. Nein, halt halt gut schnell, okay. Vielfällt aber nicht bis zu 55. Ja, da kommt schon auf andere Seite. Er kämpft sich schon mal. Von Bern des Warns. Porsche Röder. Ja, das ist warum sie sehr schön geschlecht sind? Wie schön ist alle. Und dann auf die Pelle. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 15 Sekunden Abstand Zum Ersten, das ist zu viel Weiß nicht was ist Kein Fehler, macht nichts Totenbälle Habt ein bisschen Zeit rausgefahren 0, noch was Okay Sobsterdach Sobsterdach Das war schon komplett Am Bordstein lang Ich möchte die Zeit raus holen, aber ich weiß es ja nichts mehr ist. Nicht viel. Ich sehe es jetzt heute von mir an, wie es gut ist. Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich gekriegt. Ich sehe es genau, was genau das ist. Ich muss ein getüchtetes Auto nehmen und es kommt auch dahin. Keine Ahnung. Uh, RX-7 und RX-34, okay. Es war einfach zu stauselig. Das kleine Rennen. Mal gucken, ob ich ein Auto habe, das in der Klasse mitfahren kann. Ja, mit den, äh, Nisa, RZ, äh, Honda, LZ-X braucht es nie gar nicht. Ich muss dann, wenn schon, denn schon ein anderes Auto nehmen, was richtig Power hat. Wie hier. Aber dann werde ich nicht runtergeschraubt kriegen. Es ist zu viel. 550 Mercedes, ja. Audi ist aber zu langsam. BMW müsste gehen. so. Es geht immer gleich. Aber die Außenkiste, Alter, die richtig Power hat. Ford Focus viel zu wenig. lexus maserati mal gucken ob er es schafft ich glaube du kannst damit nichts einstellen weil das war ja auch im bergsfahrzeug spoiler aber ja das alles mehr aber nicht oder maserati hat power die geht schon ein bisschen anser das ist schon ein bisschen ein bisschen besser schiebt mehr er hat mehr power ist da runter gut 18 runden da müsste aber locker vorbeikommen also power hat er 72 war locker und das ist ok Okay. Porsche hat mir vorhin auf den Mans geschickt. Supra ist dabei. Ja, aber kann ja nicht sein, dass der vorne besser ist als der Supra. Das geht doch gar nicht. Äh, als der Maserati. Das geht doch nicht. Da darfst du wirklich keinen Fehler erlauben. Innen. Von da, innen. Oh, verpiss dich doch mal da vorne. Das schiebe ich ja schon. Das ist der Weg, oder? Ah, Maserati, das ist schon ein schönes Gefühl, ein schönes Auto. Fährt sich spitzmäßig, ruhig, alles gelassen. Das ist sonst irgendwie zu. Damit ich das ja abschließen kann endlich. Man sieht zwar, wie ich das da vorne mit seinem hässlichen Auto, in der Abhaut. Drei Sekunden schon vorsprungen, das gibt's nicht. Da fährt die Sekunden raus, das Schwein. Was gibt's überhaupt nicht? Ja, ich fahr schon ein bisschen geisteskranker hier. Ja, hinterher. Und auch hier in der Korbe. Inne schneide ich nicht immer. Wohle ich nicht. Wenn ich keinen Fehler mache, kriege ich es. Ja, noch zwei Rücken. Da fährt wie ich inne. Ganz knapper Wortschneid vorbei. Toyota GR 86, das gibt's nicht. Gott, verpiss dich. Mach dich zur Seite, Junge. Ich mach Stress, das sag ich dir. Ich geb dir Stress, Alter. Ah, das gibt's nicht echt. Schwall. Die Hände beschleunigt durch. Komplett voll durch. Ich geh ins Innere ein. Windschatten. Ich bin sicher nicht vorbei. Ja, Junge. Ah, wenn ich Stress mache, kommt der Entschwanken. Kein Rad. Ich bin zu schnell gewesen, die Korbe, ja? Kleine Vorhörer. Meiner macht ja nicht mal einen Wackler, Junge. 380, 190. in der Korbe. Wirklich spannendes Rennen. Ja. Er haut mir ab. Die letzte Runde. Die krieg ich ihn auch nicht. Das ist wirklich, weil hier haarscharf sind. Und dann... Gibt's überhaupt nicht. Ich lass es dann auch. Nee, ja. Ich bin kein Bock drauf. So ein Dreckfick, Alter. So ein Dreckfick, Alter. Ja, die Kiste 100 Pro getunt. Sportausbruch. Irgendwo ist es drin. Ich bin noch vorbei oben. Geht nicht. Ich komm nicht vorbei. Ich komm nicht vorbei. Ich komm nicht an ihn ran. Mit Schatten habe ich noch. Ich komm nicht vorbei. Ich komm nicht vorbei. Ich komm nicht vorbei. Ich komm nicht vorbei. Ich hab ein gutes Rennen abgelehnt. Aber das nützt mir nichts. Trotzdem nicht gewonnen, Alter. Das ist mir egal. Ich hab richtig Stress gemacht, Alter. Ich hab's nicht geschafft, die Kiste ran zu holen. Ich hab's nicht geschafft. Ich wünsche euch nicht fahren, was du fast den Spiegel verlierst, Alter. Das war fast grenzwert, Alter. Das war fast nicht bumm bumm bumm. Ich schiebe hier fast, Alter. 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 Ein Fehler wäre aber zusammengekratzt, Alter. Ich habe immer viel gebeten. Ich schiebe hier fast, Alter. Ich schiebe hier fast. Ich schiebe hier fast. Amen.